Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Star Stable. Ich habe eben meine Codes eingelöst für diese krasse Jeansjacke. Zusätzlich gab es mit dem Code auch noch diese coole Hose. So, ihr wisst, ich habe so sehr darauf gewartet und endlich ist diese Jacke meins. Vergesst nicht, den Code einzulösen. Der Code geht leider nur für Star Rider. Genau, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. So, auf jeden Fall. Ich finde diese Jacke wirklich, wirklich krass. So, ich zeige sie euch einmal. Nicht wundern, ich habe dafür auch extra eine andere Frisur angezogen, damit wir auch den Rücken einmal super sehen können. Hier steht auch Birthday 2023. Hier vorne backt es leider noch ein klein wenig, aber das ist kein Problem. Ich finde diese Patches hier mega, mega süß. Und schaut mal, wir haben hier Fripp-Sucker drauf. Das ist so, so cool. Ich bin gespannt, wie ihr die Jacke findet. Da wir heute Mittwoch haben, gibt es gleich ein neues Update. Und die Scherze kommen zurück nach Jorvik. Ich habe das noch nie erlebt, von daher freue ich mich so, so sehr da drauf. Wir können dann ein Auto fahren, wir können uns klein machen. Ich weiß nicht, was noch geht, aber das wird mega, mega cool. Keine Ahnung, ob ich dazu ein Video machen werde oder einen Livestream. Wir lassen uns mal überraschen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr das findet und ob ihr das schon mal miterlebt habt. Genau, zusätzlich kommen ein paar neue Quizfragen rein. Und der Pferdemarkt, der in Fort Pinter war, zieht um zu Marlies Farm. Genau, ich bin so gespannt, aber als allererstes, ich freue mich so mega, dass ich diese Jacke endlich habe. Sie ist mein neues Lieblingsoutfit, so viel kann ich euch schon mal sagen. Genau, meinen Schrank müsste ich auch mal aufräumen, dass ich mir so eine Seite mache mit meinen liebsten Sachen. Und vielleicht die Sachen, die ich gar nicht mehr brauche, vielleicht auch verkaufen kann. Dann würde ich sagen, wir sehen uns entweder heute oder in den nächsten Tagen wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.